Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, mit mir nehmen wir gleich. Ja, es ist wieder Rumble Zeit, juhu. Jawohl. Es geht wieder los. Wir schauen mal ganz kurz rein, wir sind jetzt erstmal für drei Kämpfe in Gilde 2, dann mache ich mal ein paar Kämpfe in Gilde 1. So, ersten Gegner mal wieder Second Cup, sofort und gleich YouTube 2 gegen Second Cup. Da ist natürlich, ja, nicht viel los. Gucken wir mal, Harry 2K, Blizzard, Zombie, Barney, Vini-Kraft, Brian, also Vini-Kraft, das ist sein zweiter Account. KönigDS, Enoch, TussiDS, Tigertopf, Buschpilot. Ja, und da unten nicht. Ich mache jetzt gerade mal schnell meine nächsten Kämpfe, wir gucken mal ganz kurz erstmal hier rein. Um was geht es denn überhaupt? Was sind denn überhaupt die Rewards? Lohnen die sich überhaupt? So. Okay. Eine neue... Epic... Eine neue Epic-Mech... Und was? Mech Mauna Burry Artist Colony. Wie viele Kombos gibt es mit der? Acht Stück. Okay. 715... Ist jetzt natürlich nicht die stärkste Karte. Aber ich muss sagen, ich hätte die gerne. Einfach nur, weil ich ein Sammeltyp bin. Also, die werden wir auch bekommen. Jetzt gucken wir mal, wie geht es denn überhaupt weiter? Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. So... Ja, wenn wahrscheinlich wieder die ersten 10 dann nur diese... Wieder was Spezielles bekommen. Vermute ich jetzt einfach mal... Congregate, Politik... Ja. Neppkin-Art. Oh, die habe ich auch so schon. Für die ersten 10... Naja. Für die, die es sowieso nicht brauchen. Macht nichts. Juckt mich nicht wirklich. Also... Okay. Gut. Matches. Brauchen wir mal reinzuschauen. Dann würde ich mal sagen, lass uns einfach mal diese letzten drei Kämpfe da machen. Und dann gucken wir mal... GameRebellen-Account Nummer 1. So, jetzt hat sich doch tatsächlich hier der R-Server aufgehängt. So, Apple TV ist irgendwie weg. Gucken, ob wir das auch irgendwie wieder reinbekommen. Hm. Im Moment überhaupt nicht. Interessant. Mag aktuell überhaupt nicht. Ähm. Stoppe ich mal kurz den R-Server. Ich hatte gehofft, jetzt war vor kurzem ein Update gewesen beim R-Server. Ich habe gehofft, ja, vielleicht wird es ja jetzt besser werden. Aber irgendwie... Nö. Einfach... Nö. So, okay. Jetzt habe ich es neu gestartet. Also den R-Server war neu gestartet. Und dann sind wir auch schon im nächsten Match gegen Tiana von Second Cup. Gucken wir mal. Wir drücken auf dem Rasenmäher. Dann haben wir hier... Kommen wir mal hier den Stan noch hin. Der ballert da auch schön nach vorne. Und dann haben wir noch einen Bender da. Und Tiana haben wir gleich weg. So, Tiana von Second Cup. Eine glatte 100. Ja, Mann. Warum ist das so laut? Füllen wir gerade mal so auf. Crazy. Total laut eingestellt. So, okay. Und jetzt haben wir den letzten Kampf. Bum, 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 bum. Ah, ne. Wir haben noch zwei. Noch zwei Kämpfe gegen Second Cup. 83. Ram Charger 0-11. Sluback. Das ist Lubeck. Gas Glas. Fällt mir jetzt natürlich nicht wirklich. Nommen wir jetzt erstmal so rum. Hm. Schon ein bisschen ärgerlich, ne? Aber ich kann die Leben noch heilen. Insofern ist es dann auch wurscht. So. Also eine glatte, mit einer glatten 100. Ist doch noch rausgegangen. Will doch hier keinen Helm liegen lassen bei so einem Gegner. Kann doch nicht wahr sein. Das geht gar nicht. Also, will ich nicht. So. Weiter geht's. Ja, Mann. Schauen wir mal. Golden von Second Cup. So. Dann haben wir hier einmal die Stingers. Wir könnten auch die Fieberträume machen. Und den Gossen trunken wollt. Das wären zwölf Schaden. Der macht 14 Schaden von Haus aus. Schon mal zuerst die Stingers. So. Damit ist dieses Thema auch jetzt schon bereits erledigt. Hm. Ich mach jetzt erstmal hier den Stand nebendran. Ja, komm. Jetzt machen wir es so rum. Jetzt ist es auch wurscht. So. Golden von Second Cup. Besiegt. Ja. Hm. Nichts wirklich weltbewegendes passiert. Rumble 1, wie es zu erwarten war. Damit haben wir ja schon gerechnet. So. Schauen wir mal. Wer steht denn da vorne? Harry2K, Barney, Zombie und der Wenikraft mit seinem zweiten Account. Und. So. Ja gut. Ich hab auch 1000 geholt. Also steht dann auch mit da vorne. Coole Sache. So. Das reicht auch völlig aus für Second Cup. Definitiv. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Und dann gewinnen wir dieses Match. So. Also. Gucken wir mal. Gehen wir mal rüber in Gilde 1. Gehen wir mal rüber in Gilde 1. So. Ich bin gerade mal schnell wieder in Lohnung ab. Ja. Play. Na kommt noch was. Morgs nicht. Na wo ist nie los jetzt? Mach doch mal was. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Leute ey. Das muss ich euch irgendwie zeigen. Das ist jetzt echt. Das ist jetzt. Das ist jetzt der Hammer. Das ist jetzt echt der Hammer. Sowas hab ich noch nie gesehen. Ey. Das ist wirklich crazy. Wo ist der Scheiß der Server? Ey. Das ist ja wirklich crazy jetzt. Leute. 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 Ey. Das ist verrückt. Ich hab jetzt eben gerade. Einfach nur mal kurz ne Belohnung abgeholt. Ich werd bekloppt ey. Ich werd echt bekloppt. Ich hab ne Belohnung abgeholt. und schaut's euch an was ich bekommen habe. Ey. Das ist jetzt nicht wahr oder? Ich hab. Das ist jetzt nicht wahr. Guckt's euch an. Hier. Aus meiner ganz normalen billigen Belohnung von der Arena. Wo ich ein paar Kämpfe gemacht habe. Hab ich glaub noch 25 Letchie Stones. Wo ist das? Ich hab ja jetzt nicht großartige Zeit dazu gehabt. Momentan da viel zu kämpfen. Und dann und dann kommt hier ein Bänder. Ich werd bekloppt. Ey. Was ist denn da los? Das ist meine dritte Letchie. Jetzt innerhalb von 24 Stunden. Wenn man so will. Hammer. Crazy. Ey. Ich werd bekloppt. Ey. Das ist unfassbar. Guckt's euch an. Da. Futurama Brawl. Hier. Von dem Ding. Da hab ich's bekommen eben grad. Sensationell. Nun. Besser kann's doch gar nicht laufen. Würde ich mal sagen. Crazy. Ey. Das ist ja unfassbar. What? Ich werd bekloppt. Bekloppt gerade. So. Recycle mal ganz kurz diese paar Splitter da. Die brauch ich ja nicht. Ey. Is da der Hammer? Erstmal kurz gucken hier. Ne, Pide hab ich auch noch heute eingebaut. Ne, kein hart. Ey, ja, 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 ja. Jetzt muss ich mir echt mal was überlegen hier. Welche. Brudal. Echt brutal. ich weiß überhaupt nicht was ich dazu noch sagen soll, ey, das ist so crazy, jetzt hab ich echt Lack, coole Sache, krieg ich ein Bänder, ich krieg ein Bänder, ich werd bekloppt, also, naja, unfassbar, so, ja, dann switch ich mal rüber jetzt hier zu meiner Tina, hm, ich krieg ein Bänder, ich switch rüber zu Tina, ich krieg ein Bänder, ich mach diese scheiß Patty, diese scheiß Belohnung auf dem Krieg ein Bänder, ich werd bekloppt, so, jetzt gucken wir mal hier in den Rumble rein, da wird jetzt nicht viel stehen, ihr werdet jetzt überrascht sein, 9387, das heißt aber nicht, dass keiner Bock hat zu rumblen, nein, WMW, G-Graw, Eat Fresh Food, der Weni, Max Max, sondern ich hab gesagt, Leute, lass uns locker angehen, am Anfang sind sowieso keine starken Gegner da, brauchen wir nicht und gucken wir mal, wir kommen auch so gut durch den Rumble durch, schauen wir mal, wer denn da bis jetzt gekämpft hat, also, WMW, G-Graw, H-B-A-B, der Weni, Eat Fresh Food, Max Max, Berlin Crime, Sebastian, Raffi Traffi, der Bektasch, Bektasch ist wieder mit dabei, Kaffee Junkie und Dytronic, nur so ne geile Sache, cool, so, jetzt mach ich auch nochmal nur ein paar Kämpfchen, ich will gar nicht Hoseat, ich will die 10.000 kommen, das reicht hier für Burbirds, Paper Boys, mehr brauchen wir nicht, ja, es ist, äh, es ist Quatsch, ähm, bis auf das man einfach sich die Stats da nach oben ballert, es reicht, mehr brauchen wir nicht zu machen an der Stelle, so, ein Gewehr, gucken wir uns einfach mal an, The Plus von Herberts, Paper, Dingstar, Boomstar, dann habe ich hier einen Scharfschützen, Bobby, so, dann habe ich hier, mache ich mal einen Bob hin, und dann mache ich hier einen Bandit Bob hin, und ich würde natürlich gerne versuchen, jetzt hier die 1.000 zu holen, das will ich aber überhaupt nicht, ich mache nur drei Kämpfe, und das war's, und dann lehne ich mich entspannt zurück, und denke mir, okay, wir werden es auch so schaffen, so, also, brauchen wir nicht bei jedem Rumble eine Vollbeteiligung von, was weiß ich, 40 bis 50 Leuten Käse, Roger Dead, so, vor allem, wenn jetzt der Rumble jede Woche eigentlich ist, also, eine Woche Pause, dann ist wieder Rumble, eine Woche Pause, dann ist wieder Rumble, also, wir können das auch so gut schaffen, so, 24 Schaden, jetzt machen wir hier nochmal was mit hinzu, und, ja, jetzt müssen natürlich, wäre natürlich nicht schlecht, wenn dann noch irgendwie was, weiß ich, was geheilt werden würde beim Bandit Bob, ja, noch eine glatte 100, wenigstens das, so, mir reichen jetzt hier 300, au, so, und jetzt hat sich der Server gerade, der Server wieder verabschiedet, ja, mehr braucht man nicht, und da kommen wir ganz entspannt durch den Rumble durch, und die Leute, die Bock haben, das komplett durchzuziehen, die können das auch machen, kein Thema, so, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn jetzt mal irgendwie das Ding wieder kommen würde, jetzt hat er sich wieder komplett verabschiedet hier, der Ochs, ja, versuchen wir es nochmal, hm, der Morkrei hat überhaupt nie, der, der Blödmann, ich kämpfe ja mehr hier jetzt mit meinem R-Server, als mit den Gegnern, ne, so, das war's dann auch von dem Kampf, jetzt ist er auch wieder da, so herbert paper boys so und einen kampf einen letzten kampfmarsch noch gegen die und dann verabschiede ich mich und freue mich dass wir auch so die punkte bekommen werden so jetzt mache ich hier die gigi die gun und dann mache ich hier ein gewehr und dann mache ich hier einen pinguin konservator und dann bin ich fertig tom r 5 4 4 so schnell war ich noch nie durch 17 minuten für beide accounts noch zwischendrin wende bekommen wie geil so wer steht da vorne berlin crime sebastian bektasch raffi trafi und wmw sollte erstmal reichen gucken wir mal ob das konzept aufgeht und ob wir wirklich viel viel schlechter abschneiden als vorher wenn es euch gefallen hat lassen wir mal ein like da schreibt mir was die kommentare abonniert den kanal und schaltet es mal wieder ein wenn es wieder ist animation throwdown mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss